Hey ihr Mondanheuler da draußen, ich bin der Bruga und ihr seht hier die Demo zu Resident Evil 8. Village heißt das Ganze, beziehungsweise die Demo ist die Maiden-Demo. Ja, dort übernimmt man die Rolle einer unbekannten Dame, die versucht aus einem Anwesen zu entkommen. Das Spiel kommt übrigens am 7. Mai für die Playstation 5, wahrscheinlich auch für die Xbox One und PC. Mal sehen. Mehr habe ich jetzt noch nicht an Informationen für euch, nur dass das hier so eine grafische Demo ist, um zu zeigen, zu was die Playstation 5 im Standard zu leisten ist. Es kommt natürlich auch noch eine richtige Gameplay-Demo, also wo man auch ein bisschen rumballern kann. Man weiß auch nicht, ob man da wieder Ethan spielt, also wahrscheinlich auf jeden Fall ist Chris mit dabei bei der Sache, weil man sieht unten ja das Bild. Ja, Chris so halb als Wehrwolf. Ich bin sehr gespannt, Leute. Und diese komische 3-Meter-Vampir-Lady ist auch mit dabei. Ich habe das Showcase nicht gesehen, will ich auch gar nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Noch ein bisschen heller vielleicht. Ja, ich würde es eh noch anpassen. Verarbeitung für statistische Zwecke. Ja. Nein. Ist mir egal. Spiel starten. Erstmal gucken. Steuerung auf der Kamera. Mhm, mhm, mhm. Schadensanzeige. Helligkeit. HDR lassen wir natürlich aus. Ich mache mal die Musik etwas leiser. Die Soundeffekte etwas leiser. Dynamik-Bereich groß. Audio-Gerät Surround. Und Virtual Sound Surround. Ja. Und das geht natürlich an, dass ihr was sehen könnt. Auch von der Textvielfalt, wie das übersetzt ist. Spieldaten teilen. Nee, lassen wir mal aus. So. Und jetzt, Leute, viel Spaß. Es geht nicht besonders lang. Genießen wir es. Ihr werdet es auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal sehen. Viel Spaß mit der Demo Maiden. Entkommen sie aus dem Gewölbe. Alles klar. Wow, das sieht echt geil aus. Also ich sage mal, Resident Evil 7 sah auf dem PC nicht schlechter aus. Mhm. Köstlich. Oh, guck mal, der Stoff. Physik im Stoff. Physik-Animation. Was haben wir hier? Oh, ein Brocken. Das erinnert mich jetzt irgendwie an so ein Escape Room Spiel. Ganz ehrlich. Wie hieß das, was ich gespielt habe? Ah. Was haben wir da? Untersuchen. Oh, das war viel Text für so ein bisschen. Kritzel. An jene, die nach einem Ausweg von hier suchen. Ich hoffe, diese Notiz wird dir helfen. Du kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus dieser Zelle entkommen. Zieh dich um, wenn nötig auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann suche nach dem Objekt, das dir zum Ausbruch verhelfen wird. Es ist dann an einem Ort versteckt, an dem sie es nie erwarten würden und über und über mit Blut besudelt. Hm, geil. Sobald du das Gewerbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort führt nicht in die Freiheit. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Okay, warum? Wenn es nicht in die Freiheit? Egal. Solltest du in eine Sackgasse geraten, gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du erstmal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von hier fliehen und bete, dass auch du es hier lebend raus schaffst. Alles klar, Stück Papier. Dann vergibt es Stück Papier, das in einer Wand versteckt war. So, wie kann ich mich ducken, ist die Frage. Also mit... Ja, okay, mit Dreieck mache ich das Menü auf. Wie kann ich mich... Ah, mit dem rechten Stick kann ich mich ducken. Aha, guck mal da. Wir sind halt nicht die Made in Black, aber wir sind irgendjemand. Eine Dame, eine Maid. Eine Holde Maid. Oh, geil. Da würde ich jetzt gerne mal drin rumwühlen. Oh, die Tür geht auf. Sehr gut. Ist so ein bisschen hell, so ein bisschen milchig. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr Kontrast in das Video reinpacken. Spritze. Oh, die sieht nicht sehr antiseptisch aus. Oh, Leute, ich freue mich drauf. Ich mag dieses Ego-Perspektiven-Resident-Evil. Leben sei halt eine Medikamente für Vieh. Vielleicht sind wir auch Vieh. Wer weiß. Kann ich ranzoomen eventuell? Nee. Ja, ich kann nicht zoomen. Ich meine, wir wissen ja damals die Demo, die es gab zu Resident Evil 7 in dem Haus. Wo man das Tape nachgespielt hat, beziehungsweise vorher schon. Die Kitchen-Demo. Die alle einfach mal total weggeblasen hat. Weil das war überhaupt kein Hinweis darauf, dass das Resident Evil 7 sein soll. Und alle fanden sie geil. Und ich fand's auch geil. Und dann irgendwann wussten alle, dass es Resident Evil ist. Und hey. Das ist ja gar nicht mehr Third Person. Aber ich fand's echt immer noch super. Ich liebe den siebten Teil, wirklich. Der ist immer noch eins meiner Liebsten. Äh, was? Ich hab X gedrückt. Irgendwas fehlt. Achso. Das ist, weil ich die Gegenstände da habe. War ich vielleicht ein Seitenschneider oder sowas? Wow. Was war das? Die Frau ist tot. Oh Gott, ja. Die ist definitiv tot. Blut im Stuhl. Rucki-Di-Guh, Rucki-Di-Guh. Blut im Stuhl. Und eine Schweinemaske. Help me, Brother. Hilf mir, Bruder. Ja, also ich kann mir vorstellen, das ist halt The Village. Das ist dieses Dorf. Diese große Vampir-Lady, die hat irgendwas. Oh Gott. Der hat keine Beine mehr. Oder die. Alter. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen sehr... brutal hier. Also, die Leute werden wohl zu Tode gefoltert. Hm, das sieht auch sehr gemütlich aus. Sehr gemütlich. Hallo? Oh. Ich habe leider keinen Schlüssel. Ist die Frage. Wo finde ich hier was? Zurück gehen nochmal. Hm. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Dorf, The Village, das... Ja, da ist irgendwas im Gange. Man munkelt ja auch. Wie gesagt, man hat jetzt überhaupt nicht so viele Infos zum Spiel bisher. Ich will auch gar nicht so viel sehen. Und ja, ich bitte euch auch bitte nicht zu spoilern, falls ihr Insider-Infos habt. Ich werde nichts mehr dazu sehen, so Trailer-mäßig. Weil ich bin da immer so ganz, ganz gerne unbefangen bei solchen Spielen. desto mehr überrascht mich am Ende nämlich auch und desto cooler finde ich es. Ähm, ja, ich denke mal, das lehnt sich so ein bisschen an an die Parasiten, die Las Plagas aus Resident Evil 4 eventuell sogar. Und deswegen, äh, wird das hier wieder so ein anderes Erlebnis werden. Nicht wieder so ein Virus oder diese komischen... Diese Monster aus dem Abfluss von Resident Evil 7. Das war ja auch ein Pilz. Nee, das hier wird wieder was anderes. Aber ich fände es halt cool, wenn es immer so ein bisschen so a la Monster of the Week wird. Dass halt diese Saga hier weitergesponnen wird. Der Stein sieht irgendwie komisch aus. Das würde ja nicht reinpassen. Na, dass halt immer was anders wird, weil... Oh. Alter, sie wurde mit dem Seitenschneider gekillt. Ah! Das ist auch so ein Teil, was sie gerne reinpacken in Resident Evil, oder? Au, 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 au. Ah! Du. Scheiße. So, das alles Beine? What the fuck? Warte mal, ich geh da mal... Erst hier hin. Bolzen, Schneider! 0, 0, Schneider, Schneider! Ja, es haben sich auch natürlich zu Recht ein paar Leute aufgeregt und sagten, hey, warum kommt das nur für die Playstation 5? Das Ding ist immer noch so gut wie vergriffen. Es gibt schwerlich jetzt irgendwelche Playstation... Oh, geil, niedrig. Und, und, und ja, es ist halt echt gerade schwer, an der Playstation 5 zu kommen, wenn man nicht schon eine hat. Ich hab sie auch noch von... Sony bekommen. Das hätte ich auch keiner gekriegt. Ah! Also, geliehen. Ich hab die nicht geschenkt. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Von wo? Oh, mein Gott. Alter, kommt das vor der Tür? Scheiße, ey. Ist der so komisch schwarz und verkrätzt überall. Ich will nicht wissen, woher das kommt jetzt gerade. So würdest du das nie aufkriegen, so ein Stecksch... Na gut, egal. Offensichtlich kam es nicht von hier. Oh, mein Gott. Das sieht schon sehr, sehr geil aus, oder? Sind das... Sind das Römer? Hatten die solche komischen Flügelhelme? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Wie gesagt, also... Ihr könnt mal gerne eure Meinung, so die Kommentare schreiben. Aber wenn ihr irgendwas wisst, bitte spart's euch, weil... Das... Ist doch ein bisschen Spoiler vielleicht. Also für mich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob ich die überfliegen werde, die Kommentare wahrscheinlich nur. Aber ich werde jetzt nicht irgendwelchen Theorien nachrennen und... Links anklicken oder so. Und mir da wirklich so viel zu durchlesen. Weil ich finde das immer ein bisschen spannender, wenn man das alles wirklich von Grund auf erlebt. Das hier nur so ein Teaser, wo wirklich nur... So ein kleiner Einblick gewährt wird. Oh, geil. Wie gesagt, sie dürfen mich nicht sehen. Alter, da ist ein Typ drin. Oh, ne Frau. Oh, die Fingernägel wurden rausgerissen. Ah. Stell ich mir als eine der schlimmsten Strafen vor, übrigens. Ach, du Kacke. Da lieber die Hand abhacken, als die Nägel ziehen. Ohne Spaß. Ah. Das riecht ja widerlich. Das ist ja wie bei der Familie Baker. Nur haben sie hier keine Blutsuppe. Also hier haben sie Blutsuppe und nicht diese Eingeweide. Da ist Makabre. A l'orondance. Dead, 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 dead. Hier ist gar nichts. Da ist was. Oha. Ah, sieht schon sehr gut aus. Das ist... Das gefällt mir sehr optisch. Geil. Geil, geil, geil. Der Stein sieht doch echt... Wow. So was war das heute nicht im alten Schloss. Also, mich erinnert es halt direkt so ein bisschen an Resident Evil 4. Es ist halt nur verschachtelter und nicht so... Ne, ihr wisst ja, das Schloss, das war halt auch ziemlich groß. Aber das waren immer so große, große Säle, durch die man durch ist. Und hier ist halt alles so kleine Räumchen. Total geil. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Besitzer allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit zwei Wochen im Schloss und fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägte, hat irgendetwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat mir mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Comtesse hat sich beim Abendbrot beschwert, dass alles zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei. Ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ach du Scheiße. Das sind wirklich Vampire. Aber Comtesse ist... Ich muss halt direkt an Elisabeth Bathory denken. Also die Gräfin Bathory. Elisabeth Bathory. Also das ist ja eine Ungarin gewesen. Also da gibt es die Legende, dass sie angeblich ihre Mägde getötet hat. Und in ihrem Blut gebadet hat, um sich jünger zu halten. Und die hat sie auch ganz schwer verstümmelt und gequält. Also wirklich verbrannt und mit Schürhaken und so weiter. Also ganz schlimm. Könnt ihr mal lesen. Gibt es einen guten Wikipedia-Artikel dazu. Das war wohl echt eine sehr kranke Frau. Hat sehr viele junge Mädchen wirklich getötet und umgebracht. Äh, gequält und umgebracht. Getötet und umgebracht. Halskette. Eee. Sieht ja richtig kacke aus. Ich weiß ja nicht. Guck mal, du kommst aus so einem versifften Keller und in sowas hier. Oder? Was für ein Szenenwechsel. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob man Ethan spielt hier im Fortsetzung oder Chris oder sonst wen. Ich weiß halt nicht, wie weit sie das jetzt aufgreifen wieder. Wie weit sie das Remake jetzt sozusagen dann weiter spinnen. Das sieht voll gut aus hier. Also, zu viel Kitsch, aber so optisch. Eine Kette aus Tierknochen, die böse Geister fernhält. Ich verlor sie, als man mich in den Keller warf. Sind wir vielleicht dieses Mädchen? Also, von der eben das Tagebuch war, meine ich. Oh, oh. Hey. Ich sag euch, wir kommen hier sowieso nicht weg. Wir sterben hier irgendwie. Das ist das Ende der Demo dann. Das kann ich euch versprechen. Das wird nicht gut ausgehen für das arme Ding. Alter. Das war ein Herrenhaus, hä? Das ist aus Teil 1 ein Dreck gegen. Ich find's cool, wie gesagt. Das ist jetzt nur so eine optische Demo. Die Gameplay-Demo. Wo man ein bisschen ballern kann wahrscheinlich. Da freu ich mich auch schon drauf. Mal sehen, wie das so ist vom Gunplay. Oh Gott, diese Tür. Ach, du Elend. Guck mal, drei Kinder. Und eine Frau, die heult. Frau ist doch ein Spion, oder? Eins der Augen ist lediglich eine Vertiefung. Ha, sind das vielleicht die drei Kommtessen? Ist das große vielleicht die Vampir-Mudi? Also diese große drei Meter Vampir-Frau, die alle so geil fanden anscheinend im Teaser. Ich weiß es nicht. Hab ich nur gehört. Ja, auch zu. Was ist das denn hier? Die Züge sind sehr fein. Aber ist das eine Frau oder ein Mann? Ich weiß es nicht. Divers wird's sein. Ha. Das sieht halt Hammer aus. Also diese Detailverliebtheit. Guck mal, sogar die Tapeten. Wie gut texturiert das einfach ist. Das wird nicht unscharf. Geil. Ich find das super geil. Also ich bin so hyped auf diese neue Grafik-Generation. Wie gesagt, das könnte für mich auch schmierig und pixelig sein. Also generell die Stimmung ist halt super. Aber was die Playstation im Standard zu leisten ist, das ist einfach der Hammer. Ja, ne? Ich find das auch cool. Aber nicht lustig. Sieht so gut aus. Sieht echt gut aus. Oh. Bäh. Ja. Kann's doch eindeutiger sein, dass das Vampire sind? Wenn die die ganze Zeit überall Blutsuppe rumstehen haben. Blut in Tassen. Und so weiter. Also wenn's überhaupt so was wirklich ist. Oder einfach nur so ein... So ein Virus-Ding wieder. Oder Parasit, der sich halt einfach von Blut nähert. Warum kann ich nur diese Schublade aufmachen? Ganz... Also... Die anderen nicht. Ach guck mal, die flutet Armor von Demon's Souls. Bestanden. Irina, Michaela, Lois. Abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana und Gabriela. Tja, die sind alle gegessen worden wahrscheinlich. Boah. Das ist die gleiche Kleidung wie die, die ich anhabe. Ja, da haben sie wohl eine gegessen. Auch wieder nur die rechte Schublade. Oh. Alles Blut verschmiert. Raus werde ich wohl nicht können. Nope. So, in der Ecke verstecken. Niemand wird mich finden. Für immer sicher. 100% ich gucke da niemand in die Ecke. Ja, das war der Blutspur nach. Ist eine gute Idee, ne? Oh mein Gott. Und draußen ist auch noch arschkalt, schätze ich mal. Village. Ich glaube auch ein großer Teil wird hier im Schloss spielen dann. Also man wird sich wohl durchs Dorf kämpfen müssen. Ich sage, so Resident Evil 4 Vibes kriege ich hier. Total geil. Ja gut, kann ich nichts machen. Steht da? Regina, Rosé, Rosi, ich weiß nicht. Nix. Ha. Der Kamin gehört auch mal wieder sauber gemacht, ha? Was ist das denn? Oh. Ist immer da. Ringen mit rostrotem Auge. Ring mit rötlicher... Ein rötlicher Edelstein ist lose in diesen Ring eingebracht. Er ließe sich sicher leicht entfernen. Ja, rostrotes Auge. Easy. Ein bräunlich-roter Edelstein in Form eines Auges. Ja, wo können wir das wohl benutzen? Was denkt ihr? In den Kamin. Die spielen doch mit uns. Ich meine, die wissen längst, dass wir frei sind. Oh. Was ist das? Ah. Oh, hi. Die lässt sich einfach mal in Käfer auf. Gestaltwandlung, beziehungsweise sich irgendwie in andere Dinge zu verwandeln. Das müsste ein sehr starker Vampir sein. Zumindest, ja, die Gangrel können das bei Vampire Bloodlines ganz gut. Mhm. Können wir da wieder durchkrabbeln? Nein. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als China, Dimitrescu benutzt die lang gehegte, wenn auch eigentümliche Methode der Weinherstellung, um ihren Wein ein besonders reiches Bouquet zu verleihen. Ihrem besten Jahrgang verließe den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenordamenten verziert ist. Alles klar. Dann suchen wir mal diese... Oh. Der Hochfluss. Uh. Uh. Oh, Mann. Ist echt makaber hier alles, ne? Hey. Geh dann mal, ja? Ich bin nur kurz ein Stückchen gerannt, ja? Du olle Zippe. Ich sag doch, die spielt mit uns. Was hängt da ich von... Was ist das? Was hängt da runter? Ehh. Irgendwie komisch aus. Ey, lass mich raten, das ist da hinten. Ah. Ah. Ah, du blöde. Du blöde Sau. Ah. 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 Wie sagt ihr? Die wollen uns fressen. Die weiß... Ah. Mutti. Oh, ist das gemein. Das war's, Leute. Das war die Demo bestimmt. Vielen Dank, dass Sie die Demo gespielt haben. Resident Evil Village jetzt vorbestellen. Sehr gut. Leute, ja, das war's. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Das war leider unbefriedigend, aber irgendwie auch sehr cool als Ausblick. Wir haben es halt nicht geschafft. Ich habe es mir schon gedacht. Aber ich wette, es gibt jetzt irgendwie wieder so ein paar Leute im Internet, die irgendwas super Geheimes hier finden, so wie die Finger zum Beispiel von der Puppe und dass man dann wieder so einen Ausblick bekommt. Also wie es ja schon in der anderen Demo war zu Resident Evil 7. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, Leute. Auf jeden Fall, der Mai ist nicht mehr so weit weg, wie man jetzt denken mag. Ich meine, wir haben jetzt schon fast Februar. Also, noch ein paar Monate durchhalten und außerdem kommt ja auch bald Elden Ring, nicht wahr? So, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich bin der Bruga. Nicht vergessen, in die Kommentare was zu schreiben und zu bewerten. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.